Saubere Flaschen, Kiwi, ich probiere mal einen Apfel. Oh, geil. So mit Vitamine bin ich gar nicht gewohnt. Spinat brauche ich. Also, wenn ihr was Schönes, Vitaminreiches haben möchtet, dann kommt ihr gerne vorne zum Temmerstand. Ich habe hier gerade so einen schönen, was war das, Spinatdrink, ne? Ich probiere mal. Ei, geil. Sehr gut. Sehr zu empfehlen. So, Tobias, wir haben wieder jemanden. Wir können wieder jemanden begrüßen im Ziel.